Musik Bis 1985 waren die Malediven noch ein echtes Inselabenteuer. Die Insel Male hatte damals ca. 30.000 Einwohner, 1930 nur 5.000, was damals schon als zu eng angesehen wurde. Der Platz hinter dem Empfangspavillon war bis 1990 der einzige befestigte Platz in der Stadt. Die Häuser hatten maximal zwei Stöcke. Mit den ortsüblichen Holstonis wurde man noch zu den wenigen Ferieninseln gebracht. Scuba Diving ist von Hans Haas und Cousteau populär geworden und die Malediven bekamen rasch den Ruf, das schönste Tauchparadies zu sein. Die Domis wurden von Schnellbooten und bald von der mit Schwingkufen ausgestatteten Twinotter ersetzt. Ein Stollflugzeug, das für die Malediven besonders geeignet war. Der Tsunami 2004 brach den Grund, das für die Malediven besonders geeignet war. Nach dem Motto, jetzt erst recht, wurde die Flughafeninsel Hullul immer größer ausgebaut. Der Herr Schwenkler ist ein Jegik ist mit der Stolle Gange. Der Herr Schwenkler ist mit der Stolle Gange. Ich habe einen Schwenkler in der Stolzäge. Der Herr Schwenkler ist mit der Stolle Gange. Weiterer Platz musste geschaffen werden, die benachbarten Atolle, die knapp unter Wasser standen, wurden trocken gelegt. Vier künstliche Wohninseln wurden geschaffen, Hulul Malé, Willinghili, Uli Falu und Tila Fouché. Nach dem Tsunami 2004 wurde die Insel Hauptstadt mit einem Ringwall neu befestigt. Malé, die Hauptstadt der 800 Kilometer langen Inselrepublik, braucht nun Platz für derzeit 160.000 Menschen. Die aus allen Nähten platzende Hauptstadt bekommt noch dieses Jahr eine Brücke zur Flughafeninsel Hulul. und eine Straßenverbindung zur St. Littenstadt Hulul Malé. Horror Sirenen Horror Sirenen Vielen Dank.